Hey Leute, mein Name ist EpicSun und heute spielen wir eine weitere Map. Die Map heute heißt You Have Nine Seconds, Map made by Malcolm18, okay, sehr cool. Hier sind die Rules, Play on Peaceful, ich denke das sind wir schon, Stay in Adventure Mode sind wir auch schon, Singleplayer Only sind wir, Cheat If You Have To, okay, werden wir sehen, ich denke nicht, dass wir cheaten müssen, hoffe ich mal nicht. Und hier ist Start, das machen wir einfach mal, okay, was haben wir hier? Level 1, The Hanging Butch, okay, da läuft der Timer, oh Gott, es leckt ein bisschen, wie kann das denn sein? Und ich bin runtergefallen, was heißt das jetzt? Oh, jetzt muss ich den Timer abwarten, ernsthaft? Es hat gerade geleckt, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme gesehen hat. Seht ihr das? Das seht ihr doch in der Aufnahme, oder? Oh, es leckt gerade, aber echt gut, okay, aber wir dürfen das trotzdem, es leckt zu hart, okay, okay, ich hoffe jetzt funktioniert's. Und es leckt halt echt hart hier am Anfang, ich weiß nicht warum, aber ich hoffe, wir schaffen das. Also das sind definitiv keine 60 FPS und wir fallen wieder runter, das gibt's doch nicht. What the fuck, wie kann das denn sein? Es leckt halt echt heftig. Ja, also ich weiß nicht, ob man das jetzt im Nachhinein in der Aufnahme sieht. Das leckt tatsächlich nur hier am Anfang so heftig, ich hab keine Ahnung warum. Ähm, aber, ich müsste es trotzdem eigentlich schaffen. Und da haben wir es auch geschafft, Next Level, endlich. Also ich weiß nicht, aber okay, das scheint zu gehen, Level 2. Letters and Bones, oh Gott. Oh Gott, Leute, und das alles unter Zeitdruck, alles in 9 Sekunden müssen wir schaffen. Oh Gott, ihr kennt mich ja in Jumble Run, vielleicht der ein oder andere. Okay, das aber, das können wir, das ist machbar. Das leckt auch nicht am Anfang, also ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme gesehen habt, aber für mich hat es echt stark geleckt und das Problem ist, wenn ich runterfalle, kann ich mich nicht einfach resetten, weil ich einfach die Zeit abwarten muss. Aber das ist kein Problem, aber wir hätten das auch schon First Rail geschafft. Das ist nicht schwierig, wir können nämlich, müssen glaube ich zwei Leitersprünge machen und dann können wir weiter. Oh Gott, das war gut, das war gut knapp. Okay, hier hin, hier hin und jetzt können wir hier hin. Okay, und, ja, geschafft. Next Level, das ist easy. Okay, Level 3, The Library. Ich schätze mal, wir müssen einfach da hoch, okay. Ist, glaube ich, auch machbar. Außer es gibt richtig Abfucksprünge. Boah, vor allem alles in fucking 6. Nein, ich hab auf die Zeit geachtet. Oh, das darf ich nicht. Okay, man darf nicht auf die Zeit achten, sonst kommt mir komplett aus dem Konzept, das ist nicht gut. Okay, einfach nicht auf die Zeit achten, einfach nur auf die Sprünge konzentrieren und hoffen, dass man die gut hinkriegt, alle. Ähm, natürlich ist das hier alles, hab ich mir nicht vorher... Was? Ich hab mir das auf keinen Fall vorher angeschaut oder so, aber... Na, schon instant verkackt. Und man muss echt... Man muss sie gut, gut machen. Ich war grad eben dort oben und man muss... Oh Gott. Okay, Leute, ich weiß, was auf mich zukommt. Okay, das schaff ich, das schaff ich, das schaff ich. Zack, zack. Sehr gut. Hier rüber. Sehr gut. Oh Gott, man kommt so unter Zeitdruck, Leute. Man kommt so unter Zeitdruck, das ist was ganz anderes. Sieben, acht... Nein! Nein! Also, ich hab das nicht geschafft. Ich hab das echt nicht geschafft. Ist das euer Ernst? Ein Millimeter vorm Ende? Ach du Scheiße. Okay, okay. Ich glaube, hier hab ich grad viel zu viel Zeit verloren, gerade. Okay, es geht... Okay, okay. Dann. Das war's. Scheiße. Nochmal neu. Okay, Leute, wir schaffen das. Das ist auch machbar. Ach, verdammt. Kann ich hier nochmal resetten irgendwie? Und der letzte Sprung, da haben wir's. Oh lol. Und wir sind im nächsten Level. Okay. Oh Gott. Level 4, The Nether. Okay. Oh nein. Okay, aber das ist... Ach man, hier müssen wir einmal um den Block rumspringen. Okay, das ist aber machbar. Das ist nicht so schwierig. Okay, okay. Okay, das ist machbar. Es leckt wieder am Anfang. Ah, es geht, es geht, es geht. Okay, drum gesprungen sind wir. Hier dran. 4. Ja, easy. Das war easy. Das war easy. Okay, next Level. 5. Down and Slip. Okay, wir sollen nicht ausrutschen. Oh Gott. Aber mit Eis? Mit Eis? Ach man. Ich wollte grad sagen, mit Eis geht das eigentlich. Aber guck mal, hier können wir richtig Speed aufnehmen und dann drüber springen. Okay, das ist machbar. Das ist nicht schwierig. Nur am Anfang ist es ein bisschen scheiße. Mit den Dingern hier, weil man nicht weiß, wie weit man springen kann. Ah Gott, da hab ich viel Zeit verdrödelt. Da hab ich viel Zeit verdrödelt. Nein. Da hab ich viel zu viel Zeit verdrödelt. Okay, okay, okay. Aber es ist machbar, es ist machbar, es ist machbar. Können wir auch direkt hier drauf den? Ich weiß nicht. Oh Mann. Ah, das muss man doch schaffen. Ich glaube, ich weiß nicht. Man kann von dem auf den hier, glaube ich, direkt springen. Oder dann da drauf. Ich glaube, das schaffen wir. Das schaffen wir auf jeden Fall. Passt mal auf, Leute. Wir gehen hier drauf. Dann hier. Dann hier. Ja, das ist machbar, das ist machbar. Okay, das machen wir so. Wir springen von dem auf den, wir springen einfach den und von denen dann instant hier drauf. Und dann hier drüber, dann da und dann hier hoch. Okay, das ist machbar. Das ist echt nicht schwierig. Hoffe ich, denke ich. Was? Das muss machbar sein. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht machbar ist. Das muss ich schaffen. Ach, verdammt. Schade, dass man nicht hier unten resetet wird instant. Dass man die Zeit warten kann. Das wäre doch eine gute Verbesserung eigentlich. Okay, warte mal, Leute. Ich mach das einfach mal auf Nummer Safety. Gehen hier drüber. Gehen hier dran. Gehen hier dran, hier dran. Hier dran. Oh, 7, 8. 9. Nein! Es war so knapp. Es war so knapp. Aber okay, das müssen wir aber schaffen. Das müssen wir schaffen. Okay, nee. Wir sind raus. Okay, wir sind raus. Ja, 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 ja. Shit. Scheiße, wir hätten das echt fast geschafft. Wir hätten das fast geschafft. Aber ich würde mal gerne... Haben wir schon eine Sache First-Train? Nee, ne? Wir haben echt noch keine Sache First-Train. Wenn man sich das eigentlich alles nochmal angucken sollte. Okay, sieht gut aus. Ach, nein. Sieht nicht gut aus. Okay, Leute. 6, 7. Und wir haben es geschafft. Bei 8. Oh, mein Gott. War das knapp. Okay, okay. Oh, Level 6. Bounce. It's possible. Oh, Gott. Wenn das jetzt da schon steht. Warum soll das nicht possible sein? 7, 8. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, wir müssen uns das mal ganz kurz anschauen. Können wir nicht instant dann schon auf den... Oh, steht da? Was steht da? Let's get a bit laggy hier. Ja, natürlich wird's bit laggy. Das ganze Ding ist hier das laggy des Todes. Ja, also... Es... Komm da hoch. Wie schaffen... Wie kommt man denn da hoch? Wie kommt man da hoch? Das frage ich mich mal an der Stelle. Oh, merkt ihr, wie das hier laggt? Ach, du Scheiße. Die Chunks werden nicht mehr geladen. Alter. Was ist das hier? Oh, oh. Die Chunks werden einfach nicht geladen. Die Dinger werden nicht geladen. Ja, cool. Cool. Mach mal so, oder? Alter, leck das. Was ist denn hier los? Okay. Okay, okay. Jetzt müsste alles wieder klappen. Hoffe ich doch mal. Sehr gut. Dann hier hin. Und dann von dem springen und hier... Wie macht man das? Wie kommt man denn... Muss ich von ganz oben dahin? Also muss ich den einen einfach auslassen? Ist das... Muss ich das? Boah, ja, ist das... Das ist das Todeslaggy hier. Wenn ich einfach so mache... Nein, niemals, oder? Oh, das war aber close. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Also das ist echt schwierig. Wenn da schon steht, it's possible. Also es ist möglich, es ist machbar. Dann wird es ja auch machbar sein, aber... Wenn er schon da steht, dann... Hat er sich... Ersteller bestimmt gedacht. Alter, das ist echt schwierig. Wie macht man das denn? Das ist echt schwierig. Okay, ich bin jetzt hier. Hier rüber, hier rüber, sieben. Und, 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 acht, neun. Nein! Nein! Als ob es jetzt so knapp war. Ich war einen Millimeter davor. Ach du Scheiße. Okay, wir springen, wir springen. Sechs, sieben... Ja, easy geschafft. Was heißt easy? Es war schon schwierig. Level sieben. Cutten Corners. Okay. Oh nein. Nein! Um die Ecken springen. Oder... Ja doch, um Ecken springen. Ach du Scheiße. Okay. Warum läuft die Zeit direkt... Ah, wir haben mehr... Wir haben mehr Zeit als neun Sekunden? What? Das ist Level... Darf ich hier mal wieder raus? Wann sterbe ich denn? Okay Leute, rechts läuft die Zeit. Ich weiß echt nicht, bis wann die geht. Geht die bis eine Minute oder was? Oder geht die unendlich? Oder wie ist das? Ist es einfach nur die Herausforderung? Um die Ecken zu springen? Oh Gott. Und hier einfach nicht runter zu fallen? Ich glaube schon. Next Level. Ich weiß nicht, warum der Timer unendlich lang ging. Okay, Level 8. Underwater. Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Nein, und ich fall hier runter. Och Mann. Aber das sind wieder nur neun Sekunden, ne? Sieben, acht, neun. Ja, sehr gut. Okay. Okay, okay. Sind nur neun Sekunden. Und es leckt nicht mal. Also das ist echt ein Träumchen hier. Es leckt nicht. Ach Mann, ich muss hier rüber sprinten. Verdammt. Das bringt auch nichts, wenn man Slash Kill macht. Weil dann läuft der Timer immer noch. Und ich muss so oder so warten. Ob ich jetzt da unten warte, dann respawn. Oder ist egal. Ich werde so oder so nochmal sterben. Och, das war so close. Es war so close. Ja, easy bei sechs Sekunden. Kein Problem. Okay, Level 9. Why it? Lol. Warum sterbe ich hier einfach? Okay, was steht hier? Hello. Ja, hi. Okay. Level 9. Es gibt neun Stages. Ist das das letzte schon? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon das letzte. Okay, okay. Es sieht easy aus. Es sieht easy aus. Ist es aber nicht so ganz. Okay. Mal, wenn man gut durchsprittet. Bei sechs Sekunden war ich hier. Sechs, sieben, acht, neun. Ah. Na, man muss hier gut durchkommen. Ach. Sag ich und sterbe. Okay, nächster Versuch. Zack, zack. Sehr gut. Jetzt weiter, 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 weiter. Nein. Oh, das ist hier mit den Sprüngen scheiße. Okay, nächster Versuch. Diesmal schaffe ich es aber selbst. Hoffe ich. Aber die Sprünge sind eigentlich nicht schwierig. Okay, die sind nicht schwierig. Es sind aber vierer. Bei den letzten zwei. Ach man, ich hätte es vielleicht von der Zeit noch nicht mehr her geschafft. Okay, den Sprung. Sechs. Ja. Easy. Nice. War eine sehr, sehr coole Map. Und warum sterbe ich? Leute, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe es gerade geschafft. So, Leute. Wenn euch die Map gefallen hat, beziehungsweise das Video, dann lasst doch einen Daumen hoch und ein Abo. Da wird mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns morgen wieder bei einer weiteren Runde. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020